Die heutige Geschichte trägt den Namen Die Brücke Es begab sich zu einer Zeit, als noch Bauwerke geschaffen wurden, die der menschliche Geist nun nicht mehr zu errichten wagt. Denn der menschliche Geist errichtet Barrieren, die die Größe seiner Werke in jeder Hinsicht übertreffen. Zu jener Zeit wurden Kontinente durch riesige Brücken verbunden. Diese Brücken waren so groß, dass man auf ihnen sogar einen Ozean überschreiten konnte. Auf einer solchen Brücke wanderte ein mächtiger Feuertiger über den größten Ozean der damaligen Zeit, wo seine Pranken dem Boden berührten, glommen kleine Flammen auf, etwa unseren Fußabdrücken gleich, die nach wenigen Sekunden wieder erloschen. Man sah dem Feuertiger an, dass er schlecht gelaunt war, um seinen Kopf zuckten dunkelrote Flammen auf, fast blitzengleichend. Andere Wesen, die ebenfalls die Brücke überquerten, machten einen großen Bogen um das mächtige Geschöpf, um nicht verbrannt zu werden. Als der Tiger etwa die Mitte der Brücke erreicht hatte, begegnete er einem Wasserdrachen. Nachdem beide Wesen sehr groß waren, musste einer dem anderen ausweichen. Auch der Wasserdrache war schlecht gelaunt und richtete die Spuren seines Schwanzes bedrohlich auf, als er dem Feuertiger auf sich zukommen sah. Da spannte der Feuertiger seine Rückenmuskulatur und ein warnendes Knistern umgab sein Fell. Aus dem Weg, knurrte der Tiger. Ich habe keine Lust, lange zu warten. Dann gib du den Weg frei, gurgelte der Wasserdrache. Umso schneller kannst du deine Reise fortsetzen. Der Feuertiger fauchte und setzte zum Sprung auf den in seinen Augen unverschämten Drachen an. Auch der Drache machte sich zum Kampf bereit. Lauernd warteten die beiden Kreaturen ab. Ich will dir nichts Böses, sagte der Tiger. Ich will einfach nur weiterziehen. Die blauen Schuppen des Wasserdrachens reflektierten den Feuerschein des Tigers. Auch mir steht der Sinn nicht nach Kampf, sagte der Drache. Lass uns doch gleichzeitig aneinander vorübergehen, dann ist unser Konflikt gelöst. Der Feuertiger dachte darüber nach. Denn recht wohl war ihm nicht bei dem Gedanken, dem Wasserdrachen zu nahe zu kommen. Dennoch hielt er den Vorschlag des Drachen für klug und willigte ein. Vorsichtig näherten sich die Wesen einander. Je näher sie sich kamen, umso mehr spürte der Tiger die Kühle, die der Wasserdrache ausstrahlte. Und diese Kühle tat ihm gut. Sie minderte sein inneres und sein äußeres Brennen. Dieses Brennen war der Grund für die lange Reise des Feuertigers. Denn es hatte ihm zwar Macht verschafft, aber auch sehr viel Angst und Misstrauen gebracht. Auch der Wasserdrache spürte die Hitze des Feuertigers. Und diese Hitze wärmte sein kühles Herz und berührte ihn. Denn es war eben diese Kühle gewesen, die den Wasserdrachen auf seine lange Reise geschickt hatte. Diese Kühle hatte ihn immer bewahrt, aber gleichzeitig auch abgeschottet. Und so fühlte sich der Wasserdrachen eigentlich sehr einsam. Doch die Flammen des Tigers erwärmten ihn nun zum ersten Mal von innen her. Natürlich bemerkte sowohl der Wasserdrache als auch der Feuertiger, dass sich etwas in dem Innersten des Gegenübers veränderte. Die Flammen des Feuertigers erloschten und seinem Fell nahm die normale goldene Färbung an, die er so lange vermisst hatte. Auch der Wasserdrache änderte seine Farbe von kühlem Blau in ein kräftiges Maragdgrün. Diese Farbe hatte der Wasserdrache schon sehr lange vermisst. Dankbar sahen sich die beiden ehemaligen Gegner an. Das Wasser und das Feuer hatten sich keineswegs vernichtet. Sie hatten sich ausgeglichen. Mir hat wohl etwas Kühle gefehlt, schmunzelte der Feuertiger. Und mir wohl etwas Wärme, antwortete der Wasserdrache. Die beiden Wesen dankten sich für den unerhofften Ausgleich und gingen wieder ihre Wege. Diese Geschichte hat sich vor sehr langer Zeit zugetragen, als man noch mehr von der Natur der Brücken wusste. Denn Brücken, ob sie nun Kontinente oder Menschen verbinden, können nur dann geschlagen werden, wenn beide Seiten damit einverschanden sind. Und das Fundament, auf dem solche Brücken erbaut werden, ist immer das Vertrauen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020